ich möchte euch heute gerne mit auf eine reise nehmen in die asynchrone programmierung unter c-sharp das ist eine ziemlich coole sache wenn man asynchron programmiert dann gerade unter wpf muss man gar nicht so viel machen und das hält komplett die anwendung am leben sie ist flüssig sie kann bewegt werden obwohl da gerade hinten im hintergrund etwas rechenintensives passiert ihr auf irgendwelche eingaben wartet oder auf irgendwelche datenbank abfragen oder was auch immer oder berechnungen es ist egal es ist einfach nur verdammt schnell und es ist auch ziemlich einfach zu programmieren um euch da mal so ein bisschen abzuholen möchte ich das so machen dass wir das erstmal synchron programmieren und zwar ist das ungefähr so wir werden eine wpf oberfläche machen indem wir dann einfach durch die ganzen verzeichnisse rennen wir können noch live zu gucken wie die verzeichnisse da so durchlaufen werden das heißt wir werden auch in der asynchrone programmierung quasi rückfragen oder rück antworten an das ui senden wo wir gerade sind dadurch könnt ihr den anwender dann mitteilen wir sind da und da und das ist halt das sieht dann noch jemand dass die anwendung arbeitet und das ist immer ganz wichtig und es ist wichtig dass wir nicht sehen ja die anwendung reagiert nicht und sowas das passiert ja auch gerne so nicht unbedingt asynchron programmiert wir werden das so machen dass es als eine wpf oberfläche ist und wir werden auch eine klassenbibliothek machen ich mache immer gerne code den ich immer gerne noch mal wieder verwenden möchte in eine klassenbibliothek weil dann kann man es auch in einem anderen projekt einfach wieder verwenden und ja das ui ist nicht so versaut das ui sollte eigentlich wirklich nur etwas anzeigen und nur ja das ist so ein bisschen mvvm auch wenn ich das hier nicht mvvm technisch machen werde sondern eher so mvvm light also eine leichte variante aber lasst uns einfach mal anfangen ich benutze es nicht unter dotnet core ich würde es gerne unter dotnet core machen aber das ist erst ganz neu das heißt ganz neu es ist ja dotnet core 3 das ist nicht ganz neu aber es ist ja jetzt kann man endlich ordentlich anwendungen in dotnet core schreiben in einem jahr werden wir nur noch in dotnet core programmieren dann ist kommt dotnet core 5 das heißt ja dann nicht mehr dotnet core 5 das heißt ja dotnet 5 entschuldigung aber wir werden hier einfach eine wpf dotnet framework anwendung schreiben und so lasst uns überraschen ich nenne das ganze aber trotzdem mal wpf datei scanner auch wenn es kein datei scanner ist und wir werden verzeichnisse durchlaufen und alle verzeichnisse und dateienamen uns wiedergeben lassen so warten bis das projekt erstellt ist gleich eins für weg das ui werde ich jetzt erst mal gar nicht anpacken das werden wir später programmieren wichtig jetzt erst mal machen erstmal eine klassenbibliothek hier nochmal rein neues projekt und dann werden wir eine standard klassenbibliothek auswählen wer das hier nicht hat der kann hier einfach klassenbibliothek suchen wo ist meine maus dann seht kommt kommen hier alle klassenbibliotheken und wir nennen die jetzt einfach mal nennen wir die jetzt einfach mein new flip ist jetzt nicht der schönste name aber es soll nur dem zweck dienen was jetzt neues in sie scharf 8 das finde ich jetzt toll das hat früher nur richtig funktioniert damit die enterprise unter die professionelle version von visage studio hatte ich habe die visage studio community edition 2019 für meine privaten zwecke ist das völlig ausreichend wir tun einfach hier mal die klasse 1 markieren drücken f2 für umbenennen oder einen rechtsklick umbenennen und dann geben wir jetzt mal einfach ein das ist ein filescanner so jetzt habe ich das projekt zwar deutsch genannt oder und das jetzt in englisch aber wir machen so ein bisschen englisch wenn euch das recht wir möchten ein initial direkt ein verzeichnis haben indem wir starten das sind wir einfach mal initial directory ich mache es gerne so und private string initial directory so damit möchte ich aber nicht arbeiten also das ist jetzt quasi nur ein feld das ich definiert habe ich möchte gerne mit einem property arbeiten hier kann man schön sagen man kann sich hier ein ja das feld kapseln und ihren dies property erzeugen machen wir einfach mal ihr seht dass das direkt diese studie für euch erstellt diese studie sagt jetzt auch hier könnten aus auto property verwenden das heißt da wird das private wegfallen aber wir hätten jetzt gleich noch eine methode hier rein programmieren das ist nämlich die private white wir machen die breit wo wir machen breit wo checkt hier und da übergeben wir natürlich wieder das verzeichnis und jetzt gibt es eine ganz simple abfrage ist einfach if new director info dir halt nicht dir und dann machen wir punkt exist dann sagen wir einfach return true und default ist return false so sagt deine directory info kennt er nicht ist aber nicht schlimm weil wir nutzen einfach das system io den namen so und wenn wir jetzt das initial directory setzen dann hätte ich gerne dass das im setter auch geprüft wird also machen wir den pfeil weg und schreiben hin check dir value und das werden wir hier auch halt wir müssen die klammer vergessen dann soll er eine exception raushauen draw file not directory not found exception draw new so jetzt will ich aber gerne noch wissen was wo wir da den string message in exception also es gibt kein param name ok dann tun wir hier vorne mit dollar einfach mal so eine string verkettung initiieren und sagen dann einfach das verzeichnis 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 konnte nicht gefunden werden so und hier fehlt auch noch eine klammer zu so und dann hätten wir quasi den property schon mal abgesichert über den getter und setter so sieht das ja auch schön aus finde ich ich finde immer die äh es ist wichtig dass man die geschweiften klammern setzt manchmal sogar einfach nur geschweifte klammern um einfach zu zeigen hier ich habe einen ähm jetzt sehe ich gerade man hätte das viel schöner machen können hier unten nämlich weil das ist eigentlich ja es ist zwar leicht verständlich aber wir haben ja schon einen bullschen wert im exist also können wir den ja auch zurückgeben und damit hat sich der code nochmal vereinfacht und es ist noch schöner zu lesen so dann dokumentation finde ich immer ganz wichtig auch wenn viele sagen ich sage immer manchmal ist es es ist solange man es programmiert ist es immer total einfach zu verstehen aber wenn man dann mal anderthalb jahr oder sechs monate später manchmal reicht schon drei monate später und dann mal reinschaut und dann sieht man seinen eigenen code und dann fragt man sich was habe ich da eigentlich gemacht deswegen wer zu faul ist zu dokumentieren und sagt der code ist doch einfach der hat es einfach nicht verstanden und die meisten codes werden nicht dokumentiert das ich nenne das schlechten komische stil klasse zum durch forsten eines dateisystems das ist ja jetzt doch blöd ja so und dann schreiben wir hier auch hin das verzeichnis bei dem der scan rekursiv gestartet wird wir werden das ganze rekursiv programmieren das heißt eine funktion eine funktion die sich immer wieder selbst aufruft so hier machen wir trotzdem mal prüft ob ein verzeichnis persistiert so man hätte jetzt statt check deal hier hätte man hier auch direkt die ob exist hin machen können aber ich will das nicht immer neu schreiben ich möchte immer nicht im new directory info die existen schreiben deswegen möchte ich mir jetzt eine methode was wir auch brauchen und was ich gerne immer zwischen die properties und die methoden schreibe ist ein konstruktor public file scanner da dürfen wir dann ein verzeichnis übergeben wir nennen das mal auch initial initial directory so und ups die falsche klammern paar gesetzt und wir machen hier initial directory ist gleich initial directory so und da wir hier oben eine exception rauswerfen könnte es wahrscheinlich schlau sein wenn man hier im im die exception einfach weiterleiten da ist eine file not found exception jetzt beschränzen wir das hier auf eine file not found exception eine exception wird bei exception tut er halt alles abfangen hier tut er nur die file not found exception abfangen und wenn irgendein anderer fehler auftritt dann wird die halt nicht nach außen ähm durch wir könnt ihr jetzt noch so machen hier catch ähm exception dann könnt ihr halt sagen hier mach mal nix so das heißt die file not found exception wird abgefangen die andere exception die hier leer ist äh wird nicht abgefangen die würde hier in der im konstruktor hängen bleiben und es würde gar nichts passieren so sieht man was es unterstrichen ist auch nicht sollte man nicht unbedingt so dolle machen so mach mal weg das reicht erstmal so und jetzt initialisieren wir oder wir schreiben jetzt eine ich schreibe jetzt erstmal eine eine öffentliche methode wo wir ein directory oder ein ja ein verzeichnis durchscannen das wäre jetzt und das machen wir jetzt erstmal synchron das was wir jetzt programmiert haben ist sowieso alles synchron das hilft uns nur so ein paar fehler dass die nicht in der klasse hängen bleiben sondern dass wir die ans ui gemeldet kriegen und das wir das ist es immer ein bisschen einfacher und jetzt machen wir einfach ein public ich ich möchte das gerne so haben dass wenn ich alles durch gescannt habe dass ich eine liste alle verzeichnisse dateien unter verzeichnisse deren unter verzeichnisse und komplett also es wirklich rekursiv durchläuft deswegen möchte ich gerne eine liste haben am ende wo das alles drin steht deswegen eine liste und wir nennen das einfach mal scan directory so das wird äh noch nicht wirklich das äh rekursive werden das werden wir in der privaten methode noch anders machen und das ist einfach hier fangen wir an das heißt dir ist das äh normale verzeichnis obwohl wir haben hier oben der indische directory stehen wir brauchen hier gar keine übergabe-parameter so was wir auf jeden fall zurückgeben wollen ist erstmal eine Liste mit strings also machen wir hier list äh war result ist gleich new list string so und das geben wir am ende auch einfach wieder das geben wir am ende raus so was jetzt wir gemacht haben ist es wird immer eine liste zurückgegeben und ja wir müssen mal gucken was er hier noch will max static nö könnte man wollen aber nicht so jetzt werden wir jetzt brauchen wir die information die im initial directory steht achso wir können scan directory hier val result wir können hier oben nochmal was machen und zwar if initial directory gleich null das heißt es wurde gar nicht installiert dann knallen wir denen auch noch eine exception raus new argument not gibt's sowas argument null out of range ach wir schmeißen jetzt einfach eine exception new exception das property initial directory wurde nicht gesetzt so das heißt ruft jemand diese methode auf das initial directory ist nicht gesetzt dann wirft er auch eine exception was auch cool ist ist wir müssen uns jetzt hier nicht kümmern ob das das initial directory jetzt existiert oder nicht weil wenn es gesetzt ist dann haben wir schon geprüft auf jeden Fall machen wir jetzt einfach weiter und zwar ich möchte jetzt einfach mal da eine normale ist gleich new directory info und zwar möchte ich ja das dann aus dem initial directory haben wir nehmen hier einfach diese private das private feld und ja am ende ist es einfach so wir müssen jetzt einfach mit nur for each durch alle verzeichnissen laufen ich nehme jetzt hier einfach mal war d ist gleich di.getdirectories so ups so jetzt laufen wir durch alle verzeichnisse des nicht ist gleich so und jetzt haben wir mit d wieder ein äh directory info objekt und jetzt wird es interessant jetzt sagen wir einfach äh so wir wollen das ergebnis erfüllen so jetzt haben wir result ist gleich ne result at range add range also das result ist ja eine liste wir wollen aber jetzt äh quasi einen rekursiven auf äh eine rekursive methode und die rekursive methode wird eine liste zurückgeben also machen wir mit add range das füllen wir das result auf so jetzt machen wir das nochmal scan directory recursive also rekursiv aber jetzt machen wir es so dass wir hier tatsächlich ein verzeichnis übergeben und das ist das d ok ja wir übergeben das directory info objekt und dann sind wir hier fertig so das muss man jetzt jetzt wahrlich nicht dokumentieren unbedingt ne neue liste erstellen infobjekt durch alle verzeichnisse laufen und 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 so und mit erstellen wir die methode da sagt hier immer ein numeral ich habe nichts dagegen weil das ist schnell ich tue aber immer die privaten methoden immer ganz gerne oben hin machen und die äh anderen methoden na die public immer nach unten das ist irgendwie ne macke von hier so ich habe jetzt gegen ein i numeral nix wir machen trotzdem ne liste draus so und nun könnte man das verzeichnis nochmal prüfen muss man aber nicht in der hoffnung ist das verzeichnis ist noch da aber jetzt machen wir eigentlich das gleiche nochmal im großen ganzen kann man jetzt folgendes machen man nimmt das und kopiert das so wieso schreiben wir jetzt ne zweite methode wenn wir doch hm ja richtig da bin ich äh komplett bei euch wahrscheinlich werden auch einige sagen ja du hättest auch die methode wenn du hier in übergabe parametre gemacht hättest dann hättest du das auch ja einfach so lassen können ja das direkte info brauchen wir ja gar nicht mehr wir brauchen das auch nicht und wir laufen jetzt erstmal durch alle files durch für jetzt machen wir hier wieder äh f in directory und get files so und wir machen jetzt result punkt at ja das geht normalerweise noch viel geiler man kann sich das nämlich komplett sparen weil hier wird nämlich eine array zurückgegeben da kann man sich das schenken aber wenn ich das auf async umprogrammiere mit rückgabe werten und äh ich hab hier noch mehr vor dann äh ist es besser wir laufen gleich durch so wir fügen jetzt erstmal f.fullname einfach dazu so das ist der dateiname also hier nochmal durch alle dateien laufen und der liste hinzufügen so das ist ja immer ein einzelneintrag deswegen nur add hier unten haben wir nochmal ähm hier schreiben wir directory rein äh haben wir jetzt äh das was eigentlich äh das interessanteste ist und zwar hier rufen wir uns selbst rekursiv auf wie ihr seht hier unten müssen wir dann einfach nur return result hinschreiben und äh dann sind wir hier fertig und äh dann sind wir hier fertig so so das eigentlich war's das aber das ist eine synchrone kiste und wenn wir das benutzen dann werden wir eine äh hängende anwendung haben und äh ich hab hier keine status updates ich hab nichts drin aber im großen und ganzen ist es genau das was mir aber jetzt nicht gefällt was ich jetzt sofort ändern werde ist ich hätte gerne ein ich weiß also wenn ich das jetzt hier äh habe weiß ich es nicht am ende ist es jetzt ein dateiname oder ist es ein verzeichnis verzeichnisse können wie dateien heißen und deswegen werden wir das jetzt nochmal entern nicht entern sondern entern ähm und ich werde jetzt hier einfach eine neue klasse hinzufügen und zwar ist das das file object weil ich würde ja gerne ähm ich hätte das gerne ganz ganz gerne public class file object wäre das egal so und das file object hat einfach nur properties und es ist nämlich einmal public string name name das ist der name ne verzeichnis datei und es ist ein ähm gulcherwert das nennen wir immer ist dir ups so links dazwischen so und das äh füllen wir hier oben ja achso wir füllen es hier oben nicht sondern jetzt will ich der äh jetzt will ich nicht mehr strings haben sondern ich möchte jetzt einfach ein file object haben und hier oben auch ein file check das wäre schön weil dann haben wir später das problem nicht also müssen wir hier auch ein file check draus machen und hier auch so jetzt kriegen wir noch ein paar mehr fehlermeldungen das ist aber nicht schlimm fangen wir beim rekursiven an und da merke ich gerade dass hier noch ein kleiner denkfehler drin ist und zwar sind wir hier im äh im directory drinnen das müssen wir natürlich der liste auch hinzufügen und zwar ganz oben also result add new file object jetzt machen wir nur klammer auf und dann sagen wir name is klein und jetzt nur directory punkt von name und ist dir true ja really simple und hier unten einfach full name ist new file object kann man auch name gleich full name und ist dir gleich false und das war's das sollten eigentlich alle nur gewesen sein so und dann schreiben wir das hier auch nochmal hin so das bietet er mir jetzt an kann vereinfacht werden dann machen wir das so so also hier eine neue liste aktuelles verzeichnis im stoffen und ja und hier sind wir schon ähm wir schreiben hier immer noch einen kommentar rein wir wollen nicht die dateien zum teilen im ursprungsverzeichnis haben wir wollen nicht die dateien im ursprungsverzeichnis haben hier dann deswegen können wir das hier so stehen lassen das heißt wenn die anfang bei c doppelpunkt zu scannen dann wollen interessierend uns die dateien im c doppelpunkt nicht Hier wollen wir nur alle Unterverzeichnisse haben und das reicht schon. Ja, er stellt eine neue Instanz, um ein File Scanner mit dem Verzeichnis zu machen. So, das sieht ja schon mal gut aus. Ein Objekt, welches eine Datei oder Verzeichnis darstellt. Gibt den Namen der Datei oder das Verzeichnis. Gibt den Namen der Datei oder das Verzeichnis darstellt. Das hat natürlich einen Nachteil, wenn man es setzen kann. Man kann es nachträglich einfach ändern. So, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wie geht es hier eigentlich um dieses asynchrone Programmieren? Starte den Scan-Dress-Datei-Systems. So, die Private-Funktion können wir ja mal in den Header hinzuschreiben, aber müssen wir nicht. Wenn ihr das als Source-Code so etwas weggebt, wäre es schlau, wenn ihr alles dokumentiert. Da hilft einfach nur. Also das heißt vor allem, es ist Open Source, ja. Und da ist aber die Aussage so, wenn du den Code, wenn du das brauchst, dann musst du halt zusehen, wie du da durchkommst und so. Das ist aber irgendwie nicht, ich weiß nicht, nicht so schön. So, das war's. Rein theoretisch können wir diese synchrone Programmierung jetzt an das WPF nageln. Ich werde es jetzt erstmal so stehen lassen, weil ich habe keine Ahnung, wie lange wie viele Minuten jetzt kommen sind. Oh, schon 30 Minuten, dann lassen wir das Verbrechen das vorher ab. Und das nächste Mal werden wir das UI mit diesen synchronen Sachen füllen. Und dann werden wir das UI oder das auf Asynchron umstellen. Oder wollen wir das gleiche auf Asynchron, das nächste Mal umstellen. Das wiederum. Das wiederum. Das wiederum. Das wiederum. Das wiederum. Teilherstiere